So, willkommen zum nächsten Snow... äh... Showdown. Geiler Sivir-Skin. Ich hab jetzt mal Sivir, die hier Snowstorm heißt, glaub ich. Ja, und die Annie grad war einfach der... der größte Dreck überhaupt. Also so viel Schrott hab ich lange nicht gesehen gehabt. Das Blue heißt, ich glaub, das sieht man nur in dem Ladescreen. Aber sonst sieht das gut aus. Ja, ein Platin-Spieler, ich weiß nicht, ob ich davon mehr erwarten kann, ist aber auch egal. Just for fun, hier gibt's kaum IP, also das sind sieben IP, die ich letztens bekommen, oder im letzten Game bekommen hatte. Das ist lächerlich. Dann ist das auch nur Just for fun, das Game. Ja, die haben einen Ari und einen Lulu, wahrscheinlich wird die Lulu auf AD gehen. Aber wir haben zwei AD-Carries. Ähm, und die, ja... Also die sieht so genial aus, dieser Skin. Ich hab die mir grad frisch gekauft, weil ich so gedacht hab, äh, ja, ich hab keinen Sivir-Skin. Da folgt, ich brauch aber einen. Und da hab ich mir gedacht, ja, kauf ich mir einen. Und irgendwie hat das ein bisschen Delay, muss ich sagen. Das hat auch extreme Frame-Einbrüche, jedes Mal, wenn... Eieiei, wie genial. Wie genial diese Outlets aussehen, ohne Scheiß. Na, Lars Hütten. Oder, den Lars Hütten, den wir uns kriegen. Oh, ist er gar nicht auf Smartcast? Okay. Noch wegen der Varus gerade. Not Damage. Alter. Bist du zu unfähig? Ja, wir sind beide zu unfähig. Wir haben genauso viel CS, obwohl wir zwei AD-Carries sind. Tada! Das Specialt. Ich glaub, ich hab schon wieder XP-Ruhen drin. Kann sein, dass ich cheat der. Ich weiß es nicht. Aber ab morgen oder ab später, dann gibt's halt wirklich... Showdown mit Premades. Das heißt, mit anderen Leuten noch dazu. Also... Keine Ahnung. Crystalo höchstwahrscheinlich oder... Was weiß ich. Spider. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch einfach den Tower kaputt. Ist auch eine gute Möglichkeit. Oder wir farmen einfach. Ist auch in Ordnung. Weiß ich. Ich könnte mal zu vieles machen. Um zu gewinnen. 17 zu 12 CS. Na, ist in Ordnung. Ich würd gern mal nur ein paar Zauber auf mich drauf haben. Auf mir drauf haben. Und willst du Charm setzen? Oder auch mich? Nein, die Charms lieber die MM. Komm, Q mich, Q mich, Q mich. Q mich, Lulu. Drück mir eine Q rein. Und am besten noch eine Rind hinterher. Oder die Aris Afka. Weiß ich nicht. Hihi. Die sind nie a little destroyed. Ich glaube, die haben keine Lust mehr. First. Oh. Dat Flash MF. Dat Flash MF. Aua. Ich werd' aber auch nicht reingehauen. Fuck. Ja, das ist typisch für die Leute. Ah, jetzt sieht dieser Skin genial aus, ey. Ohne Scheiß. Mist, ich muss bedenken, dass man hier auch back gehen kann. Millen especial aus, ey. Ayaz, ich starke sie. Okay, die haben gleich vier CS. Wuhu Hi Lulu Holy shit Jetzt wäre ich fast dafür verantwortlich gewesen Ja man könnte recallen aber ich denke mal nicht dass man das machen sollte Hat zwei Tower jetzt gefressen Scheiße Ja ich weiß Don't worry Ok ich bin schon wieder backgegangen alter what the fuck Dammit Haha Ok jetzt geh ich back Nehmen wir das uns noch mit Nicht dass ich hier vielleicht getötet werde wenn ich recalle durch irgendwas auch immer Ja das ist schon ziemlich spannend also das ist gar nicht so einfach 37 zu 42 Deshalb wir haben fast deren Tower schon down Wir hätten den down machen sollen Scheiße Ärgerlich 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 Ich werde die Schmerzen Ja Schmerzen Ja 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 Kacki Die Lulu, ich will sie haben, verdammt nochmal Gib sie mir jetzt Wie sie denkt Wie sie aber einfach mal besser sind als wir gerade PAH BITCHES WUH Ja ähm alter, was, was spiel mit, was spiel ich hier alter? Dann sollte ich wirklich nicht mehr in der Nacht spielen, was ist für Kackelappen ey Nix auf die Reihe kriegen die Leute Aber ja, danke, danke Lulu Danke, du hast mir zum Sieg verhelfen WUH Wirklich extrem actionreich dieser Mode Und alter, ihr müsst doch so vorsichtig spielen, das ist unfassbar Wahnsinn Ich hoffe, mit einem fehligen Pre-Mate geht das so ein bisschen besser hin Nicht so ein Kackelappen von MF, alter Da fuck Ja, GG